Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mystic Quest! Ich hoffe, dass ich jetzt das gut hinkriege, ohne irgendwie das zu vermurksen. So, auf. So. Ha, das... Komm, wenn ich das jetzt versauere, dann... Dann weiß ich jetzt auch nicht, was ich mache. Waffe. Flammend. Nein, das brauch ich jetzt nicht. Ich brauch jetzt die Sichel. Geh weg, ich möchte nicht den Ritter töten. Ah! Stirb, danke. So, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Und so, gut. Geh weg. Magie. Obwohl, nein, Maria Eis habe ich ja noch aktiviert. Und... Nein! Nein, wieso bist du so weit hingegangen? Warum? Wieso musstest du das tun? Ach, nö. Komm, Gegner. Ach, gut. Ich dachte schon. Goddammit, ich hab's versaut. Na komm, ein Gegner kann hier bleiben. Geht du nicht auch... Komm... Wo schlägst du hin? Jetzt komm schon her. Hier. So. Erstmal den dorthin schieben. Den schieben wir dorthin. Gehen wir jetzt erstmal hier hin? So. So. Sondern sonst hätte ich Angst gehabt, dass ich den mit der Sicherheit erwische. Und jetzt? So, gut. Okay. Ach, Goddammit, warum hab ich das jetzt abgeschlossen? Ich wollte mich heilen. War für erstmal... Eisschwert. Eisschwert erstmal ausrüsten und leben. Das sieht fast so aus wie ein Bosskampf oder so. Aber noch nicht. Komm, stirb. Danke. Ja, nächstes Level. Ich wusste auch, dass ich bald ein neues Level erhalte. So. Ich hab hier super Magie-Trank gefunden. Kann ich eigentlich auch gebrauchen, aber. Warum krieg ich aber mit dem Schwert diese komische Truhe nicht weg? Das ist nervig. Ich dachte, ich krieg das mit jedem weg. Tschüss. Dann pack ich das mal wieder so. Und so. Und hier durch. Na okay, war noch kein Bosskampf. Es wird noch keinen Bosskampf geben. Äh, wie komm ich da rüber? Autsch! Gibt es irgendwie eine Rüstung, die mich davor schützt oder so? Ich mein, das wär Selbstmord, darüber zu rennen. Na, geh ich mal weiter. Vielleicht find ich ja noch irgendwas. Hier schon wieder. Weg. Aber jetzt sind die Gegner glücklicherweise, glücklicherweise bei uns kein, bei uns kein Problem. Alles locker. So. Nein, nichts. Nichts. Und. Nichts. Jetzt ist es offiziell nicht wettgebraten. Nein. Und nein. Okay. Vielleicht hätte ich dafür die Flammenrüstung behalten sollen. Autsch. Goddammit, hat mir das viel Energie abgezogen. Man trifft immer wieder alte Gegner. Das find ich irgendwie interessant. Weg, weg. Das sieht eigenartig aus hier. Nein, da gehen wir noch nicht lang. Ich versuch jetzt mal den Weg nach oben. Viel lang. Ja, was haben wir denn da? So. Und. Sesam öffne dich. Ach, zwei Wege. Ja, ich kann nichts mehr tragen. Komm. Nein. Danke. Dinge. Ich weiß nicht, ob ich den Knochen-Schlüssel noch gebrauchen kann. Deswegen behalte ich den mal noch. Was zum Teufel. War ich hier nicht schon? Karte? Nein, hier war ich noch nicht. Oh, Mann. Viel zu viel Wege. Dann geh ich doch erst mal den anderen Weg. Na komm, Maus. Hier. Aha. Warum? Immer wieder hauen die mich mit Objekten voll. Und ich komm hier jetzt nicht mehr durch. Oh, Goddammit, ey. Weg. Das Eifschwert ausrüsten. Ich werde nur zugemült mit Objekten. Tschüss. Ich hoffe, der andere, der nächste Boss ist auch irgendwie elementar abhängig oder so. Wie gesagt, ich werde nur zugemült mit Objekten. Waffe. Morgenstern. So. Das ist doch Selbstmord, darüber zu rennen. Was soll denn das? Komm ich ja noch gut und trieb. Ach, Waffe. Eischwert. Aufladen und... Attacke. Und so. Gut. Waffe. Morgenstern. Nichts. Nichts. Und nichts. Und wieso können die Mäuse so da rüber rennen. Es wird wehtun. Es wird wehtun. Es wird wehtun. Magie. Obwohl. Ich nehme ich doch mal hier was zum Heim. Aua. 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 Das sieht nicht gut aus. Autsch Ich stirbt, danke Verschlossen Gut, dass ich Schlüssel hab Unter die Driche Und auf Jetzt sagt mir nicht, hier sind nur Enten Ey, komm, wenn hier jetzt nur Enten sind Oh mein Gott Dann hab ich ein Problem Ah, hier ist was Axt des Zeus gefunden Hey Waffe Wow Okay, das behalte ich So Das ist sowas von typisch Da find ich ne neue Waffe Und es gibt Gegner Und ich find Gegner hier Die dagegen natürlich immun sind Goddammit, wie viel das abzieht hier Komm mal her Komische Flammen Autsch Autsch Waffe Auf Und weiter So Das ist das einzigste Nerf in diesem Spiel Immer diese Waffen Diese Waffen herumwechseln Nein Bis dann!